Aber gut, und ihr seht schon, die Inseln sind nicht ganz so groß, auch wenn sie auf der Karte groß wirken. Im Wirklichkeit sind sie dann nicht so groß und so riesige Siedlungen, ich glaube, die kann man hier noch gar nicht bauen. Aber so einer bin ich ja, glaube ich, eh nicht, wenn ich mich selbst beschreiben würde bei Anno. Eher schön als riesig. So, hier unten sind wir. Ach so, das gehört doch zusammen, alles klar, die haben wir dann nämlich schon. Dann fahren wir rüber hier den Wal, da können wir euch nochmal zeigen. Ab und zu da auch mal einen Wal auf oder einen Delfin oder, nee, keine Ahnung, so eine Krake. Um gleich vielleicht mal eine Frage zu beantworten, ob wir mit Piraten spielen, ich habe übrigens, ich habe gar keine Ahnung. Super, wenn es mal durchschnittlich Piraten gibt, dann spielen wir mit, wenn nicht dann nicht. Weintrauben, genau das gleiche, also fast. Dann haben wir wenigstens eine Insel mit 100% Weintrauben, mit 100% Tabak und mit 100% Zucker. Oh, das gleicht sich doch alles dann super aus. Und der PC, der pumpt gerade richtig, also der muss das, der haut die CD da durch, wie sonst nichts. Und jetzt komm, gib uns mal ein bisschen Holz, wenn es geht. Zwei. Ging sehr schnell, ja. Schnell mal zwei Tonnen Holz rübergeworfen und dann wieder abgefahren, naja, gut. Und das könnte ruhig dann mal anfangen langsam, aber das dauert noch, bis das gewachsen ist. Nicht so schön. Ach genau, ich würde sagen, dass das wahrscheinlich nicht so ein riesiges, langes Let's Play wird. Ich meine, bei unserem 17.01 Let's Play, also meinem 17.01 Let's Play, ich sage da immer gern unseren, weil wir das zusammen ja nicht gezockt haben. Ihr habt es ja mit mir gezockt, theoretisch. Haben wir ja, ich glaube, jetzt bald 55, 60 Parts irgendwie. Sind noch nicht alle draußen, aber es wird gerade 52 hochgeladen. Aber ich glaube, haben wir allerdings natürlich auch 10 Minuten Parts und so lange wird das, glaube ich, hier nicht. Ach, hier wohnen 12 und da wohnen 22, na, schön. Schon sehr stylisch, stylisch. Also, denen können wir anscheinend Stoffe verkaufen zu jeden Mülltalern, aha. Und 18 Tonnen Tabak zu jeden Mülltalern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir erst, keine Ahnung, was wir denen machen müssen. Ob wir irgendwie in die Nähe so einen Marktplatz bauen müssen, müssen wir mal schauen, wenn wir da hinten sind. Können wir das ja noch machen. Zwei Tonnen Holz, das macht doch mal ein bisschen Hände hier. Ach genau, wir können dann erstmal, wo ist denn das Status? Ach genau, hier unten. Da seht ihr die ganzen, ja, Verträge. Wir bieten jetzt allen erstmal einen Handelsvertrag an und das geht wie, so. Handelsvertrag, super. Jetzt könnten wir ihnen theoretisch noch Geld leisten, dann machen sie einen Daumen hoch oder runter halt. Runter geht gleich. Ich glaube, wir spenden dem weißen Spieler mal 10.000, oder? Machen wir doch. Ich wusste gar nicht, wo ich drauf, ich drücken müsste. Ach, da unten. Gottes Willen, das machen wir nicht. Naja, gut, okay, aber jetzt können wir wahrscheinlich schon mal mit denen handeln. Haben die schon was? Nö, die haben bis jetzt auch nur Nachfrage, na gut. Wäre schön, wenn wir da mal ein bisschen Holz kaufen könnten. Und jetzt wollen die schon, also in der Aufnahme wird nicht so eine lange Aufnahme, ich bin ein bisschen verschnupft. Vielleicht heute hat das, keine Ahnung. Da werden wir auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen, hier, die Kapelle errichten, nein. Ach, da können wir mal machen, die Beine. Wo machen wir das hin, hier? Hier ist doch schön. Äh, die Kapelle errichten und was noch? Was wollte ich denn sagen? Kinder, sag doch mal. Äh, ja, die, die, die nächste Zivilisationsstufe. Ich glaube, das sind die Siedler. Erreichen, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall sehen die ja auch vom, vom, ähm, Icon hier oder so, vom, vom Bildchen hier, sehen die genau gleich aus. Nur andere Häuser haben sie. Hier gucken wir mal bei unseren anderen, die haben hier schon Wolle und so einen Scheiß. Komm, wieder mal. Ja, danke. Nee. Alter, wie viel kommt dann jetzt? Und die haben uns nichts verkauft. Gar nichts. Och, Kinder, warum denn nicht? Gerade Holz ist doch wichtig. Hier, einkaufen. EK heißt doch einfach, oder? Ja, dann zahle ich halt ein bisschen mehr. Nee, doch nicht. 25, meinetwegen. Mehr auch nicht. So, und du bist ja auch schon längst gewachsen hier. Das kannst du auch mal machen. Hm, wo haben wir es? Hier. Wenn wir ein bisschen mehr Holz haben, dann werden wir, glaube ich, um Stoffe zu machen, werden wir gleich hier rüberfahren. Dann haben wir sogar gleich eine kleine Handelsroute. Oder wollen wir es hier unten machen? Hier ist ja eigentlich mehr Platz. Naja, wir machen es erstmal hier oben, keine Ahnung. 37 Einwohner, woher kriegt er das ganze Holz? Der hat hier so kleine zwei Holzfarben, hat aber zehnmal so viel Holz wie wir. Na gut, wir haben auch schon 27. Hier, hm? Hast du vielleicht Lust mal zu arbeiten, oder? Weißt du was, lass dir Zeit, Kindchen. Ich will dich natürlich jetzt nicht drängen. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Entschuldigt bitte. 33 Einnahmen haben wir jetzt. Und insgesamt 50 Betriebskosten und 38 Einkaufskosten. Das heißt, minus 55 unsere Bilanz. Gar nicht so schlecht eigentlich. Steuerträge können natürlich noch ein bisschen höher sein. Und, genau, können wir eigentlich schon was verkaufen? Wir haben natürlich, Nahrung haben wir eigentlich genug. Komm, verkaufen wir mal ein bisschen Nahrung, aber nicht ganz so viel, sondern 20 bis zu 20 Tonnen, also jetzt 4 Tonnen. Ja, da könnte man mal ein bisschen billiger Waren haben. Ich weiß gar nicht, ob die uns das kaufen, wenn wir es so teuer machen. Wahrscheinlich nicht. Aber wäre auch komisch. Sonst hätten wir das Feature ja nicht einfügeln müssen. So, 3 Tonnen. Jetzt könnten wir theoretisch wieder eine Hütte bauen, aber ganz ehrlich, dann warte ich lieber nochmal. Und Steinbrüche gibt es natürlich auch wieder. Die können wir auch ganz einfach hier hinbauen irgendwo. Ich kann euch ja das mal zeigen, kurz hier. Wir haben hier einmal, ja, den Bereich, wie nennen wir es? Wohnen, Leben, Land, keine Ahnung. Da gibt es das Haus, den Marktplatz und die Kapelle. Dann gibt es hier das mit, alles was mit Schiffen und Meer zu tun hat. Eigentlich Kontoren, diese Anlegestellen, Fischerhütten und so weiter. Dann der Teil Nahrung und Tiere, den würde ich so nennen. Auf jeden Fall ist der Fausthaus, Jagdhütte, Schaffarmen. Da sind dann später noch Rinderfarmen und so weiter dabei. Dann der Produktionsmodus, nennen wir es mal. Webstube, diese ganzen Endproduktionen, sie sind dabei. Was haben wir noch? Der Abreißmodus natürlich hier, die Minenmodus. Da sind es zum Beispiel Steinmetz oder Erzmine oder sowas. Oder auch Goldmine. Wege und hier diese Festungsanlagen. Sind natürlich auch alle dabei. Ich habe mir ausgerechnet auf dem Blatt Papier, dass es, naja, was heißt ausgerechnet, dass es um die 40 Parts werden. Allerdings hätte ich da noch mit 10 Minuten Parts gerechnet. Also nur, wird es wahrscheinlich nur so um die 26 Parts werden. Ne, zwei Drittel und so weiter. 7 Holz, na super. Arbeitest du jetzt auch um Null? Ach Kindchen, ey, du kannst doch mal langsam anfangen damit. Wir hinken hier, du machst mich voll blöd, wir hinken hier. Ich hink hier halt hin und die Zuschauer denken sich, oder die YouTuber denken sich dann, warum ist denn der so lahm? Kann ich nichts für? Das ist der PC, das macht er hier. Kann man noch zwei von bauen? Zack, zack. Oh, sogar noch mehr. Da kamen gerade wieder drei. Hm? Na, wir hoffen mal, dass er, also spätestens in der nächsten halben Stunde müsste er dann nochmal angefangen haben. Ich nehme halt auch auf jeden Fall nicht so lange auf. Aber, wie gesagt, er kältet und so. Nur das wollen wir ein paar Parts auf Lager haben noch. In ein paar Tagen ist es nämlich soweit. Da kommt die erste Folge. Wahrscheinlich am Sonntag, ich bin mir nicht sicher. Heute müsste Sonntag sein, na. Liebe Grüße an alle, die heute nicht in der Schule sind. Ich war heute in der Schule. Gut. Die wollen Stoffe haben. Genau, hier seht ihr nämlich die Sachen, die fordern. Hier sind Stoffe. Ja, aber sonst noch nicht wirklich was. Und Schloss und sowas. Ich glaube, das gibt es auch noch nicht, was wir jetzt in 17.1 gebaut haben. Also, all die ganzen neuen Features, die sind 17.1 und 15.3, ja. Auch der Nachfolger, von dem wir jetzt gebaut haben, die gibt es ja jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir gucken doch mal, wie viele Einwohner unsere Gegner haben. Oh, der Weiße geht aber jetzt auch schon mit 42. Da können unsere 31 jetzt noch nicht mithalten. Oh, und er arbeitet. Super. Genial. Und fast schon. Warum arbeitet der nur auf 66 Prozent? Das ist blöd. 77. Ich kann ruhig noch mal auf 100 arbeiten. Ich meine, das bringt uns sonst auch nichts. Wir sind nur eine Stunde hier beschäftigt. Und du kannst uns mal ein bisschen Holz verkaufen. Und du auch. Wo kommt der denn immer zu zweit? Und? Ja, damit habe ich nichts verkauft. Verkauf. Ach, die guten Nahrung haben sie uns ein bisschen abgekauft. Da, 5 Verkaufs erlöst. Schon nur noch minus 34. Ein Holz. Tatsächlich, gibt es ja gar nicht. 0 und hier ist es nochmal 1. Ach, 4. Perfekt. Wir warten noch ein bisschen. So ist das. Kein Sommer war da und schon ist wieder Herbst. Untertitelung des ZDF, 2020